WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Jetzt musst du rauskommen, Johannes! Luis! 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 Reste, Reste! Durch! Wie viel raus? Hand die fünf! Abbleib! Gut zum Blau! Jonas! Vor Johannes! Ja! Ja! Jawohl! Ja! 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 Gidei durch! Reste zu! Fuß auf! Keiner Ballkoppel! Tor! Auf Gäste! K不起 auf! Auf! Ja! 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 Wolle, Wolle, laut sein! Sieh dir dazu! Jonas ist da! Jonas ist da! Jonas ist da! Wolle! 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 Tier! Halt da. Wolle! Washa fundo! In derzcz! Wolle! Skop争! Zum Mann! Jaoooh! Ja, ja, ja! Okay, es ist ein weiterer Tag! Okay, es ist ein weiterer Tag! Möi! 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 Brauch! Möi! 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 Schieß! Ja! Aaaaaaaaaaaa! Komplett! Kalkoich! Kalkoich! Jaaaa! Jaaaaaaaaaaaaaa! Sehr gut! Kuläck! Meister! Schießt! Schießt! Köln, 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 Köln! Köln, Köln, Köln! Köln, 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 Köln! Köln, Köln! Köln, 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 Köln 1. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 7. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 11. 13. 12. 12. 12. 13. Ja! Jaaa! Unsere Nummer 1 heißt übrigens Niklas Wollert. Und damit ist das Spiel zwischen Lichtenberg 7.14 in der VSG-Aktlinik beendet. Lichtenberg 47 gewinnt 3 zu 2 nach Elfmeterschießen und steht damit in der zweiten Runde des Landespokals.